Was ist das Spiel? Was ist das Spiel? So, nachdem der Werteherr Pham beim letzten Let's Play unter Beweis gestellt wird, wie toll das Spiel kann und man dachte eigentlich bisher, dass Asiaten so die King of Games sind, aber... Wie kommst du jetzt darauf? Keine Ahnung, es ist ein Vorurteil. Xbox-Controller-Konsole, da müssen sie das können. Wir können doch nur StarCraft und... Was waren das noch? Diablo 3, aber dann müsstest du Koreaner sein. Jedenfalls haben wir es irgendwie geschafft, diese scheiß Pumpe zu aktivieren. Der Hoshi da hinten, der interessiert uns mittlerweile überhaupt gar nicht mehr. Und jetzt müssen wir, denke ich mal, zurück in den Security-Raum. Und dadurch, dass mich das letzte... Diese Sequenz jetzt so dermaßen entnervt hat, werde ich nur noch durchrushen. Ne, werde ich nicht. Jetzt tue ich zwar cool, aber in Wahrheit... Ich wollte gerade sagen... Mal sehen, wie lange du noch so souverän bleibst. Jaja... Muss man jetzt wieder hier hin, oder was? Was ist denn... Ne, guck mal, was... Ja... Jetzt machen wir alle Türen auf, damit ihr... Oh, der F***... Jetzt kriegen die Spritze rein, oder was? Ich bin sorry, mein Sohn. Ich wollte nicht, wie das zu dir machen. Die war bestimmt rostkig. Oh, der ist noch so viel, für euch zu gewinnen. Was ist denn... Ach, der ist noch so viel, Willst du sie sehen? Kannst du... Ihr Herr... Oh, der war ein Waffel... Oh, der war ein Waffel. Da gibt es ja so eine Emma, dieses kleine Kind, was dann die Leute hin und her schleudert. Okay, Baby, let's go! Ich habe eine Can dabei! Jetzt bin ich auf Drogen, oder was? Das wäre jetzt richtig auszutausch. Das ist ja so etwas Lustiges gespritzt bekommen. Ja. Das bin ich ganz so anders. Lustig machen! Oh, in der Klapse. Achso, ja, doch, klar. Captain Obvious hat gesprochen. Aber die Cam legt... Das ist doch völlig... Also, warum? Weil man das alles aufnehmen soll, oder was? Rest in Peace. Ja, Rest in Peace. Okay. To record. Dann film mal Rest in Peace. Du kannst dich im Bett verstecken. Drück mal X. X? Ach, unterm Bett. Achso, okay. Okay. Ähm. Muss ich jetzt jemanden anloggen, oder was? Anloggen, ja. Anloggen. Locken, lo... Was ist das? War knapp. War knapp, aber kurz davor. Noch gebe ich dir den Controller nicht. Ich will den noch gar nicht. Was machen das für ein Hayopayo? Ich glaube, wir wollten nichts von dir. Nö. Kommt der jetzt, oder kommt der nicht? Muss ich jetzt kommen, oder was? Ja, komm mal. Aber was ist das? Jetzt muss ich aufstehen, kommt der bestimmt der Arsch. Schau mal. Spannend, komm! Halt mich los! Schau mal weg. Hallo. Will mir nur die Hand geben. Der. Oh, Gott. Komm, ich verstecke. Mhhh. Lecker. Lass mal probierern. Wer ist das? Vielleicht ist der Mann von Father Martins. Vielleicht ist das Zeitpunkt zu töten. Die Framerate ist keine Ahnung. Mach mal den Verrot an. Es wäre in meinem Leben. Nicht hier. Wir bekommen die Dienste. Da ist eine Idee. Das ist voll ekelhaft. Das ist so, dass ich mich nicht mehr verletzeiere. Ja, anscheinend nicht. Ich glaube, es kommt nur auf die Person an. Ob du jetzt mit ihm so herbangst. Das ist Aspirin 2.0. Ich wollte gerade sagen, der kommt jetzt einfach. Was willst du? Ich glaube, du musst dich mit der Kamera rum. Okay, jetzt vielleicht. Du kannst dich zu ihm unter das Bett legen. Und dann uriniert da runter. Uriniert? Seit wann drücken wir uns denn so gefällt aus? Nur weil wir auf YouTube sind. Aber warum geht denn hier die Framerate so dermaßen runter? Was ist da? Nichts. Okay, also guck ich mir jetzt nur Spaß an, leider. Nee, du konntest doch einmal da rumlaufen. Also oben, oder nicht? Und dann ist das Spiel vorbei. Und dann ist das Spiel vorbei. Ja. Und dann ist das Spiel vorbei. Ja. 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 Und dann gleich kommen sie alle auf einmal. Ich geh nochmal oben lang. Ja, aber das haben wir jetzt alle zu. Bitteschön. Genau das war das. Wieso? Scare, Mann. Einer, oder was? Ja. Hier kannst du nicht viel falsch machen, hoffentlich. Ja, weiß ich nicht. Da, 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 da. Wo geht's lang? Das seh ich leider. Echt. Ich krieg immer diese Scheißfrober. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass du das gesehen hast. Oh fuck, ey. Hier kann ich auch nicht weglaufen. Ja, muss ja auch nicht bestimmt. Es ist zappenluster hier. Spring. Spring. Ja, das ist schon die andere Seite. Ja. Du hast Tom Raider gespielt? Ich hab Tom Raider gespielt. Ja. Ja. Aber ich glaub... Will der was? Nee. Das war ein Skirr. Was? Was sagt der? What the fuck is the matter with you, you sicko? Du bist sick. Wo glaub ich denn jetzt bleiben? Das sagt der uns, dass wir sicks sind, ja? Du kannst das Licht auf dir aufmachen, ja. Oh man, ey. Was? Kann man die Tür aufmachen? Nein. Kein Glück. Was denn mit dem Hotchel da liegt? Kann man da die Tür hinter dir aufmachen? Oh nein. Oh. Hä? Boah, von dem Wein krieg ich grad Sodbrennen, ey. Du kriegst nur noch Sodbrennen von allem, was du zu dir nimmst. Ja, aber von dem anderen Wein, den wir vorher getrunken haben, nicht. Ich weiß nur von dem. Jetzt sind wir schon wieder hier oben, oder was? Nee. Hier war doch eben der... Nee, das ist... Aber das mit der... To get to just move towards it... To get to the... Na und dann? Und dann kriegst du automatisch. Okay, auf Wiedersehen. Was macht er jetzt? Na ja. Wie es wärs, wenn du so um die Kante rumlaufen musst und hinter dir einer herrennt? Ja. Will der was vermieten? Oh. Oh. Okay. Der macht dich. Andere Seite, ne? Oh. Volle Bloodtrades für die Echse. Okay. Was? Was ist das für ein... What? Dekontaminiert. Block A. Ja. Bloodtrails. Kannst dich bestimmt gegen Spritzen dekontaminieren lassen. Ich hab das Wort richtig ausgesprochen. Ich bin so gut. Aber Framerate, ja, ist krass egal. Ja, dann muss ich vielleicht dann das nächste Mal die Grafik ein bisschen runterschrauben, auch wenn's mir leid tut. Follow the Bloodtrails. Ah, ah! Wie geil! Der bewegt dich genauso schnell wie du. Lass mich in Ruhe. Du musst den Bloodtrails followen, ne? Da musst du leider runter. Ja? Ja, komm. Ja, okay, gut. Heißt, dass jetzt kommt einer, ja? Das ist schon so die Ankündigung, ne? Das heißt, ich mach die zu, ja? Ne, muss erst mal auf. Ja? Ich... Oh, oh. Mag der nicht oder mag der nicht? Muss ich hier auf? Da leuchtet was, da leuchtet was an dem Computer. Batterie. Jetzt die Frage, ob der Typ dich mag oder nicht. Der ist auch fest. Der ist auch fest. Der kann nicht... Ja, okay, gut. Na, da war, glaub ich was, oder? Mal mit zum Verstecken. Mal mit zum Verstecken. Ja, wahrscheinlich musst du dann die Türen alle schließen, wenn sie hinter dir herrennen. Hier ist nichts, ne? Sicher? Ich will das nicht. Hast du den Timer laufen lassen? Naja. Hast du jetzt die Hoffnung, dass die Zeit dich rettet, ja? Ja, aber wer will das dann gucken, wenn nichts passiert? Das war doch ich hier. Naja, aber... Ne, hier rüber, ne? Das geht bestimmt nicht. Natürlich nicht! Na, da. Hast du denn das hier? Das ist ein kleiner Typ! Wies? Wies? Wies! 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 Der Typ, der sieht mich nicht. Oh, bist du bekloppt, ey. Der duckt dich wenigstens. Als ob der mich so dann nicht sehen würde. Nein. Oder doch. Im Ernst? Was? Hä? Keine Ahnung, ich hab Glück, lass mich in Ruhe, ich geh jetzt. Äh, äh. Ich hab wahrscheinlich gedacht, no, ne, Schnecke. Jetzt hast du beide. Tust du gut? Teck mal. Ja, aber du hast bekommen. Ja, schnell, 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 schnell. Nice, du hast ja doch gepasst. Okay, jetzt hab ich mich rehabilitiert. Trotzdem schwitzige Hände. Ja, aber das Problem ist, du musst dich ja eigentlich da weglocken, oder? Ja, vielleicht läuft er jetzt irgendwie einen anderen Weg lang. Naja, ich glaub, der geht wieder zu seiner Base zurück. Zu seiner Base. Wo er campt, ja? So wie du, wenn du rumsnipest. Ja, weißt du was man glaub ich... Warte mal, geh mal zurück, geh mal zurück, geh mal zurück, geh mal zurück, drück mal gerade rum. Warte rum. Nee, da ist kein Schrank. Das hätte ich gesagt, du versteckst dich in den Schrank dahinter in der Ecke. Und dann? An ihm vorbeilaufen, oder was? An ihm vorbeilaufen, die Tür zu machen beide. Ja, ich glaub, anders wird's nicht gehen. Ja, aber er wird doch wohl wissen, wie man Türen aufmacht. Ja, aber das dauert halt ne Zeit, und dann rennst du... Ich kann aber, ja, wie du gesagt hast, da ist kein Schrank. Aber ich frag mich gerade, warum der Hoshi in dem anderen Raum, der nicht hinterhergelaufen ist. Keine Ahnung. Guck dir mal durch die Fensterscheibe an, mal, guck mal was passiert. Soll ich mal reingehen? Machen wir. Der ist doof, oder? Ist das ein Bug? Das ist ein Bug. Frisch mal um. Du kannst ja weglaufen, oder? Du kannst ja weglaufen, oder? Ich fühle mich bald. Der lässt sich in Ruhe. Oder was? Okay, dann... Geh mal hin, sag mal Hallo. Nein, ich geh jetzt hier durch die Tür. Sag doch mal Hallo. Jetzt geh doch mal hin und sag Hallo. Du bist fast hier, du... Aber der kommt dir nicht hinterher. Kann ich mich nicht irgendwie schneller umdrehen? Also du darfst nicht... Ja, ich lass ihn einfach in Ruhe, okay? Ja, ja, aber du kannst da... Ja, ich geh da rein. Ja, aber warte mal, ist denn da irgendwas bei ihm in der Nähe? Was so vor... Nein, da blinkt es nicht, aber da drin blinkt es. Ich muss nicht... Ich wette, sobald du die Tür zumalst, wir irgendwas machen. Sag doch mal Hallo. Du sagst nicht Hallo zu Monstern! Ja, aber hier ist echt nichts, ne? Ja, aber warte mal, mach doch mal das Nilfraut-Ding aus. Sonst geh mal dahin zu dieser Lampe. Aber wenn du Nilfraut hast, dann sieht man dieses Leuchte-Scheiße. Das ist ein kaputter Monitor. Dann kannst du bestimmt aufhören, wenn du mir in den Kopf werfen. Ich glaube, wir haben ziemlich gut verstanden... Das ist mit der PC, ne? Ja, das ist mit der PC. Ja, komm, schleiß dich vorbei. Aber der Hanzo hier. Ja, den musst du dir weg... Oh, mal, geh mal links die Tür, was ist da? Ich glaube, du stehst weit. Ist das mit dem X wirklich ein Indikator dafür, dass man Türen öffnen kann? Anscheinend. Ey, den musst du jetzt irgendwie überlassen, den Hoshi, ne? Vielleicht ist er nicht da. Vielleicht führe ich... Ah, der ist da, der ist da. Vielleicht führe ich den zu dem anderen Hanzo da. Und dann können sie sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Meinst du, die sind so doof? Oh, shit. Äh. Ja. Hanzo ist weg, ne? Ähm, Karte nehmen, Schrank verstecken. Ne, Knopf drücken. Oder so. Und Schrank verstecken. Follow the blood. Ja, guck dich noch ein bisschen um. Der kommt nämlich gleich. Sag mal hallo. Ich sag's dir nur zum guten. Der kommt dann nämlich, oder? Ja, siehste. Das würde ich nur ohne dich machen. Ja, das ist ein bisschen schade bei dem Spiel, dass, wenn da die locker sind... Ja, aber Ruhe, Ruhe. Wenn da die locker sind, ja, dann machen wir nur einen auf. Nein. Wie siehst du? Ja, der Steve hat das Spiel gerade durchschaut. Ja. Ich würde sagen, wir hören auf. Ja, schade. War schön, das Spiel. Nein. Komm, das bringt es jetzt noch zu Ende. Ne, eher locker. Aber weißt du, wo der jetzt... Ist der ein bisschen rot, oder? Was war denn das jetzt gerade? Keine Ahnung, gleich kommt noch. Oh, oh, die Tür rechts ist aufgebrochen worden. Die? Dann war vorher nicht auf. Gehen wir da rein? Ja, ne? Genau, der ist bestimmt... Weil eingebrochen ist, gehst du da rein! Manchmal bist du ein bisschen... Na, komm. Ja, ja, ja. What? Das ist zu viel für meine Nerven. Okay, also Zwischenspeicherpunkte haben wir schon mal erreicht. Ja, die sind in der Gitarre. Tun dir nichts. Ja, aber hier kann ich nicht weiter. Mach mal Licht ein. Durch das Fenster. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, die haben Macheten in der Hand. Oh. Ah, noch rechts. Pff, zu den Hoshis natürlich so. Kuckuck! Kannst du mal gepflegt den Kopf abschlagen lassen? Was machen wir mal? Nee, das ist das Fenster. Das Fenster. Ja, ich glaub da kannst du hoch. Dann check lieber mal davor das aus, oder? Hier? Ja. Warum? Einfach da reingucken. Warum ist das Fenster so kaputt? Guck mal, da blinkt doch irgendwas, oder? Nee? Ich glaub, ich krieg wieder irgendwie auf die Fenster wegen dir. Soll ich überholt, oder? Nein. Alles ist nachgebrochen. Nächste Stunde. Ja, nächste Stunde. Ja, ich hab mich mal bitte. Ja, ich hab mich mal bitte. Und da musst du nicht mehr. Batterie oder so? Ja, Batterie. Sehr schön. Ja. 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 Und da hast du Überwachungskameras. Ah, okay, wenn er die Hand dann so dran legt. Nee, kannst du überall machen. Nee, kannst du überall machen. Ja. Kann ich nicht. Was ist denn jetzt ne Keycard vergessen? Ah, dann kannst du wahrscheinlich dich nochmal aus dem Fenster hängen und die andere Seite lang gehen, oder? Ja. 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 In dem Raum vielleicht? Hier? Ja. Ja, hier. Ach so, geht der Stück. Natürlich. Ah ja, okay. Ach, das ist ein Fettsack. Ja. Der hat den Kopf abgerissen. Ja. Ja. Dann beeil dich. Mach einfach. Lauf, 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 lauf. No matter what. Lauf durch. Links. Lauf, 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 lauf. Nicht umgucken. Schau jetzt, was du noch machen kannst. Auf damit. Oh shit, da gibt's... Ja, Moment. Kein Schrank, kein Schrank. Natürlich nicht. Kein Schrank. Natürlich nicht. Oh, kickel. Du fachst immer mal vier Stunden hier. Jetzt ist das Schau raus. Dusche ist bestimmt auch toll. Fuck. Geil. Mach mal, mach mal, mach mal nicht aus. So, es ist dunkel. Okay. Es geht, ne? Ich weiß nicht. Dann komm. Du kannst aus dem Fenster hangeln, ne? Du musst den ausketzen. Ja, ja, okay, okay. Life Saver. Kann ich nicht? Hier? Einfach runter springen und abhauen, ne? Wieso nicht? Storyende. Warum muss ich denn wieder rein? Normalerweise ist es B, um sich zurück zu hangeln. Einfach hoch drücken, ne? Komm, geh einfach weiter. Nicht nach hinten gucken. Das ist, glaube ich, das A und O bei diesem Spiel. Dreh dich nicht um. Egal was passiert. Das sagen die doch immer in den Filmen. Egal was passiert, Can! Dreh dich nicht um! Hast du jetzt die Tür aufgemacht? Also machst du da langsam auf oder was? Nein! Zieh! Schauer! Schauer! Scheiße! Ah, ich glaube das ist der richtige Weg. Das ist die Stille, ne? Das ist schon für den Arsch. Da, da muss... Ah, das ist geil. Kein Spiegel wird. Wie gut. So Resident Evil-Style. Egal. Um. Oh, oh. Oh, oh. Oh lauf! Lauf! Oh shit! Was der? Oh, da war die Tür! Da war die Tür. Die war wirklich richtig. Rauk, die fick ich auf! Ja, bau! Guck dich doch mal um! Wenn die nicht aufgeht, dann geht's nicht auf! Fuck, I'm sorry! Hä? Lauf zurück! Ja, das war's. Ja wie, lauf zurück? Ich bin doch durch die Tür gekommen. Ja, weil die abgeschlossen ist, musst du einen anderen Weg gehen. Ja, da war doch nichts. Du hast die nicht umgeguckt. Ja.